Niemand konnte ihnen widerstehen. Sie sind so schnell, dass sie den Wind durchschneiden. Und die Erde bebt, wenn ihre Rufe darauf schlagen. Hattet ihr Wache? Ja, es war unsere Schicht. Ihr seid wohl eingeschlafen. Das Pferd muss wieder her. Ansonsten bezahlt ihr Zweiter für. 50.000 hat er gekostet. Und gestern Nacht hatte mir jemand geklaut. Und manche sagen, dass du das warst. Wir Diebe haben unsere Ehre. Daran halten wir uns. Wenn wir nun das Gerücht verbreiten, dass Tudu ein Rennfeld hat, ein richtig schnelles. Der kann nicht anders. Der muss es klauen. Unsere Vorfahren, die gehörten noch zusammen. Die waren in Frieden miteinander. Die haben alles geteilt. Der ist doch so besessen, dass er kommen wird. Wir alle hier sind Nachfahre der Nomadenvölker. Und die Menschen und ihre Pferde sind in Kirgizistan schon immer unzertrennlich gewesen. Erzähle nie einem von deinem Wunsch. So was musst du tief in dir verbergen. In deinem Herzen. You're the right to the dead! Untertitelung des ZDF, 2020